Hallo, mein Name ist Ryan und ich bin Lernexperte bei Cornelsen. Heute habe ich wieder ein spannendes Thema für Sie. Den Unterrichtsmanager Plus gibt es ja mittlerweile zu jedem neuen Schulbuch als digitales Begleitmaterial dazu und er ermöglicht Ihnen, Begleitmaterialien wie Arbeitsblätter, Handreichungen oder auch Lösungen in digitaler Form immer dabei zu haben, wenn es mit der Internetverbindung mal nicht so klappen will. Bei dem Unterrichtsmanager Plus ist das kein Problem. Sie können den Unterricht im Vorfeld planen und benötigte Materialien wie zum Beispiel Audios und Videos in der gewünschten Reihenfolge abspeichern. Das Beste ist, Sie können sich jederzeit Ihre eigene Offline-Version für Windows oder Mac auf Ihrem Computer, einer mobilen Festplatte oder einem eigenen USB-Stick abspeichern. So haben Sie auch offline alle Begleitmaterialien und das E-Book zur Verfügung und können Ihren Unterricht auch offline weiterplanen oder spontan abändern. Sie sind also absolut flexibel, auch wenn Sie in der Schule kein Internet haben. Sie arbeiten an Ihrer Schule eher digital und unterrichten viel mit dem Tablet? Kein Problem, den Unterrichtsmanager Plus gibt es auch als App. Die App finden Sie im Google Play Store und Apple Store und sie ist kostenfrei. Nachdem Sie sich mit Ihrem Cornelsen-Account eingeloggt haben, finden Sie dort automatisch alle Unterrichtsmanager Plus, die Sie bereits auf cornelsen.de gekauft haben. Jetzt können Sie den Unterrichtsmanager Plus mit allen Begleitmaterialien herunterladen und im Unterricht flexibel, auch ohne Internetverbindung, am E-Book unterrichten. Durch die vielen Funktionen, wie zum Beispiel den Verdecker oder die Möglichkeit, Textfelder in verschiedenen Farben einzufügen, bleibt der Unterricht für Ihre Schülerinnen und Schüler immer spannend und das macht mit Sicherheit auch Ihnen Spaß. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei auf cornelsen.de-unterrichtsmanager. Dort finden Sie alle weiteren Infos zu Ihrem Fach und Sie können auch einfach mal ganz unverbindlich und kostenlos 90 Tage lang einen Unterrichtsmanager als Demo-Version testen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Testen des Unterrichtsmanagers Plus.